Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play mit dem Spiel Battle Carnival. Ich werde jetzt erneut eine Runde Domination spielen und hoffe, dass wir jetzt mal eine andere Karte haben. Ja, und die haben wir auch. Schön. Ich glaub's nicht. Oh, schade. Kommt da noch ein zweiter. Hier direkt ein Respawn. Unverschämt. Grenade, friend. Schade. 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 Untertitelung des Z failed Ah! Ah! Schön. Den habe ich da noch bekommen. Äh! Ah, schön. Den habe ich da noch gekriegt. Zurück, die Plattform muss erobert werden. Ah, ich hasse diese Typen. Sauber. Und schnell dahin, die Hammer. Nicht gut. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ja. 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 die gesagt. Wenigstens habe ich den noch gekriegt. Ja, läuft ja, ne? Oh, 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 schnell zurück zur Karate. Das ist eine Frage, eine Frage. Ah, Hauptsache, wir haben die Flagge. Der ist schon mal viel wert. Ist eigentlich alles wert. Man, Grenade! Man, Grenade! Ja, wie das meistens ist, ne? Wenn man einen schön von der Blindheit hat, man kommt dann von hinten eine angekrebst. Grenade, amigo! Grenade! Oh! Ah! 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 Oh, 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 oh. Ich bin mal hierher. Schauen, was mich erwartet. Grenade. Grenade, amigo. Wie sieht's aus? Okay, noch dreieinhalb Minuten. Ja, sieht gut aus. Weitermachen. Jungs, weitermachen. Wo ist er? Hat ihn nicht genutzt. So, schnell hier rein. Schön, der Schnitter. Ich weiß gar nicht, wie's ihm eben geschieht. Tja. Grenade! All right. Here they are. Grenade! Oh, right. Thank you for this. Grenade, amigo! What about this one? Ah! Tja, gewonnen! Ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt mir da bitte ein Like. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Bis dann!